Lutsch bei einer Eier, Lukas. Oh, Jack-Jack. Hör mir auf mit deinem Gelaber. Oh, Jack-Jack. Immer was du laberst. Oh, Jack-Jack. Alles was du redest, Jack-Jack. Oh, Jack-Jack. Alles was du willst, Jack-Jack. Oh, Jack-Jack. Oh, Rafa. Oh, Rafa. Oh, Rafa. Oh, Rafa. Oh, Rafa. Hey, Lukas, die landen auch nur zu zweit, ja. Das stimmt was nicht. Der dritte kommt doch gleich für die Honig am Arsch, Mann. Ah. Ah, Uah! Oh, und so. Junge, hab ich reingeschissen, ich bin so tot. Ich hab auch keine Waffe, was soll ich machen? Junge, der hat alles, der hat alles. Der Typ ist Cringe-Mann. Oh, ich höre ihn bei mir. Ich hab Waffe! Die sind zu zweit, Junge! Lukas, du bist ein Huren, so wenn du nicht kommst. Ich hab auch alles, ich komm. Ey, Lukas, deine Time to Shine, Digga! Deine Time to Shine! Wo bist du? Die Typen sind Ultra-Cringe-Mann, was wollen die von meinen Eiern? Ich brenne alles nieder. Du Idiot, Junge, ich brenne doch mit! Du bist so trash, Junge. Abfahrt! Ja, Digga. Zu zweit kommen sie da. Wo ist Raphiref schon wieder? Dort. Oh, mach Musik aus, bitte. Tintin, 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 Alter. Ich start my pill! Not my music! Music in the chat! No, keine Musik in the chat! Du bist so glücklich! Du bist so glücklich! Du bist so glücklich! Du bist so glücklich! Verdammte Scheiße, Mann! Was soll diese Musik schon wieder? Yo, Cracky! Einmal deine Fresse, Cracky, Verdammt, Yo! Verdammte Scheiße, Mann! Ich weiß nicht, was du willst, du Motherfucker, verdammte Scheiße, nochmal! jetzt gleich kommt raffi digga, ich wusste es hallo 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 verdammte scheiße man digga, ich war afk die fetten Hurenzöhne digga verdammte scheiße der Hurenzöhne ich hab dich sogar afk spot geholt selbst afk digga kein bock mehr so ein ding ist es jungs ja ich bin in shifty gelandet und hab kein ja ich lefte, hau rein warum digga, du not so ein shifty jungen, du bist nicht shifty gelandet du dumm mongo digga du bist da gelandet wo wir gelandet sind ja weil ich hab mein headset nicht angesteckt gehabt und da hab ich keine steps gehört digga, weil ich telefoniert hab mann mit wem? mit deiner mutter wegen heut abends HEUGOTTEN jetzt sonst läfft dich digga du Hurensohn warte mal 50 kunden wie deine mutter beim schlucken ich muss mit dem auto und du dummer Hurensohn jungen, check das doch mal ja fetter Wichser jetzt hältst du deine scheiß Fresse du Hurensohn Opfer digga SO EIN OPFER MANNNNN Verdammte Scheiße nogmal H dari俺 was soll das er denkt doch uhr wer ist... wer ist er denn dinge verdammte Scheiße nochmal Was für'n Schwanz hast du denn im Mund, Dinger? Den von deiner Mom. Ey, trotzdem hast du einen im Mund. Nee, den von deiner Freundin, du fetter Hurensohn. Wenigstens hab ich keinen im Arsch. Wenigstens hab ich keinen im Arsch stecken. So wie Ralph, oder? Ralph Ralph. Ja, verdammt. Das ist doch seine RP-Stimmen. Ey, der hat, for real, der hat echt einen Echt-Voice-Cracks, der Lukas. Verdammte Scheiße, nochmal. Verdammte Scheiße, man, da kann ich nix dafür. Ja, meine Karte ist weg, ich lefte. Junge, ich hol dich doch jetzt mit dem Lambo, Dinger. Ich bin fünf Sekunden da, was wird so ein von mir? Ja, meine Karte, meine Karte, hol meine Karte. Hoffentlich ficken die dich jetzt. Oh, da waren wirklich welche. Dann soll's so sein. Dann soll's so sein. Und gib mal Gas, Lamborghini, Dinger. Du bist höchstens jetzt fünf Stunden unter. Du Nutten, Dinger. Dinger, du bist sogar vor, ich von Lukas gestorben, Mann. Ja, das geht gar nicht. Lukas ist ja dead trash, irgendwie. Achtung, Baumfeld. Ja, ich hab... Oh mein Gott, warum ist das Auto am Arsch, Dinger? Lost. 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 Es gibt ein Fortnite-Spieler, schon zwei, glaube ich, mit einer Million Punkte, Junge. Was ist los mit dem? Metallfarm, oder? Ich dachte grad, es hat Lukas gebaut. Also Reboote mal wieder, damit ihr auch auf den Beinen seid. Oh, die Feiten da hinten. Aber das geh ich nicht ein an Solo und dich mit dem Lukas-Safe nicht. Ich lefte, Reboote mich. Deine Mutter. Der Malz geschissen. Dinger, der ist einfach Chee-Wurend. Junge, wie redest du mal am Big Sosa wichst dir in die Fresse? Bedenfalls hat deine Mutter nicht so wie du. Ja, Junge, sei gut mit deinem Zweifel. Digga, was willst du jetzt mit deinem Spahnplotten-Gesicht, Digga? Ey, Rav, Rav, komm her, Rav, schnell, nimm sie. Ja, passt, ey, das... Scheiß mal auf den anderen random. Rav, Rav, Rav! Wir müssen, ey, du, als Trio spielen. Ja, das war mir von Anfang an klar. Ey, Lukas, versuch wenigstens zu sprayen, man. Ohne Witz, versuch wenigstens zu sprayen und bisschen damage zu machen. Ist es zu viel oder ist es zu wenig verlangen? Ich schwörst dir, du sagst es bestimmt easy, aber ich weiß, dass du vielleicht zwei Hits triffst auf drei Spielern. Und das ist die zwei Hits auf insgesamt gerechnet, ich pro Spieler. Lass mal Kopfgeld annehmen, damit wir wissen, wo welche sind. Ja, gut, Standortkultur. Rav brauch' MP, da ist er MP, Rav. Ne, ich brauch' ne Pump. Mh, hab' ich noch keine. Kann aber Ausschau halten. Digga, die Typen kommen immer näher, man. Die Notensöhne. Die müssen auch safe, man. Die rotaten doch safe, ja, man. Ich würd so wieder fühlen, wenn die, äh, die Ding drin ist, die Spaß. Ja, man. Die Meist, Digga. Ohhhh, Feini. Ohhhh, ein Doppelfeini hier. Jetzt nimmt sich safe der Lukas, ich weiß es, man. Das ist der größte. MP, MP hab' ich schon. Das ist ne MK7, random. Ja. Wo, du, du, gehen die Typen immer mit dem Kopfgeld? Die rotaten alle außen rum, Alter. So ne, so ne grüne Striker wär' mal schön, ne? Ich hab' nur ne graue. Ich hab' nicht mal ne Pump, Digga. Ich hab' ne grüne Heavy. Digga, ich hab' nicht mal Muni für irgendwas, Alter. Ah, geht mir auch so. Lukas ist wie ein Staubsauger, Digga. Der ist auch alles wie seine Mom. Der hat die ganzen Muni-Chests hier mitgenommen. Der bliegt sein. Lukas, gib mal Muni. Also Ralf, ich hab' Muni. Ich hab' keine Muni. Ich hab' keine Muni. Joooo. Alter, ich spiel' jetzt mal mit Tag. Jede Muni-Chests ist aufgesaugt worden hier. Guck. Weg ich dich. Abfahre. Ich spiel' jetzt Tag, nur im Meter, Digga. Ah, ich weiß nicht. Hey, besser als gar keine Shotgun. Ah. Ja, das schon, aber. Ja, ich spiel' einfach mit Double-MP. Ich spiel's drauf. Ich hab' keine zweite. Neue Meter. Du, was ist Trio? Jetzt geht's ab, Digga. Oh, wer schießt da? Wer schießt da? Wer schießt da? Der Spahn, der rufen sollen. Verspahnter Opfer, Mann. Hey, du musst dir vorschweifst, denn der Spahnplatten-Gesicht fährt wie eine Nutte. Was tut er? Wie eine Nutte fahren im Spahn-Gesicht. Ja. Wenensensens hab' ich ne Auto und nen Führerschein, nicht so wie du. Ja, deine Mutter fährt mich auch um, du und so, was denkst du warum sie so'n Auto fährt? Hehe. Ich sag's, der verliert dieses Jahr seinen Führerschein. Digga, wo ist der Gegner, Mann? Dieses Jahr verliert er seinen Führerschein, Mann. Wie viel Punkt der hat er denn? Gar keinen. ja ein oder andere den einen oder anderen denn einmal mit 30 oder so zu viel wo ich nebendran saß das werden 50 zu viel aber er muss ja bremsen wegen dem lkw was gut war sind da fühlt sich zu viel gehabt der ein oder andere blitzer halten ganz normal so täglich ist hier mein gott der mich schon gesehen was ist das schwitzer die kunden ich sehe sie jungen die haben mich gesehen ja mein gott ich habe ihn auch gelesen das wissen wir haben sie ausfassieren gegen die ist sehr fährte mit dem oh mein gott was sind das für typen jungen die schießen von 1000 metern an die ultrawide oder was ja die pushen alter ich verpiss mich mann der lukas neid sie ja wohl zeigt uns dass du das kannst zeig uns dass es verdient ein 86er ich verpiss mich alter ich spiel weiter drauf der hintere hatten 86er ich spiel die so weg alter das ding ist ja die können nur spray man dem scheiß die wichser also die bieten märzern diese für muni habe ich gar nicht umgegenzuhalten als androhs müssen einfach nur die shoppen verpiss ich mal lukas ich spreche die mies junge ich geb den immer jetzt ja schon eier flattern der unten links der böse lasern achten rufen sind sie die die hauen ab ich hab sie so gelasert und ich spreche zurück die spreche zurück er hat eier bekommen lukas ficken lukas ficken ich brauche snapper muni wird man es sein kopf weg jetzt hier nimm alles random boah 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 lukas wird böse gefickt digga du bist so schlecht ich gebe dir so jetzt sind nur mit allen da und hinter uns ja da kommen noch welche digga wir sind tätiger mit korte ich sehe sie im quad er hat schilds gekriegt hat gute hits gekriegt ficken oder wir müssen uns den holen wir brauchen loot ach digga's zu nehmen mit geburt man da hast deine leader mp für dich raf danach ich habe schon eine muss ja wo ist die typ mit dem quad ja ist weggefahren ich bin ja in dem quad die die dann die wo die galt mit sie ja ich hab sie markiert ich hab schon eine aber dann spieg ich dabei schädig nimm sie dir mit ich hab irgend so ein vogel untergeschossen diese lila vögel da boah ich dachte grad das sind die nächsten ich hab sie dabei kommen top 9 jungen ist jetzt in top 9 so dass das das clean runterspielen auf late game komm hier komm hier raffi da können wir kills abstauben da können wir kills abstauben hier ich komme warum hat er eine burst wie geht es ranz nicken ranz nicken der hat eine burst und die drei schüsse poppum ich sehe vor mir hier noch einer noch noch nicht finischen erst gucken aber das sind die anderen da hinten oh mein gott wir haben den bau benutzt ich hole den loot das noch mehr das noch mehr chillt ich hole den loot da hinten noch neben uns hohr oder was ist es in den sohn muss wieder ja ich hab hochgeworfen oh mein gott genau in mein gesicht ich hab gedacht ich werde gesnive aber wir können zum bayer das früher wäre das so geil gewesen weil früher jungs ist krass was es geben würde nein ins ist es ja nicht mehr muss nachladen oder ich bin hintermacht ich bin bei der raffi ich bin bei dir lauf 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 bruder von oben noch ich bin nein jungen nein wir sind so tot lass rein ich hab double mp lila tsch 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 die sind unter uns ich komme lass rein der eine hat mich schon gesehen digga da ich hab disconnect ich hab disconnect ja ich auch nicht ich hab disconnect digga Lukas du wuren so ein hilf doch ich hab disconnect ich hab disconnect lukas du kannst kein disconnect haben du nuten so nite small disconnect ich hab disconnect und ist tot digga was labert da sandro sandro guck in meinem stream guck in meinem stream das stream nicht du nuten sohn jungen ja der stream der ist der streamer der ist der streamer er wollte angeben mit uns digga division 7 road to division 8 mach mal ready jetzt road to 100.000 points digga hirka disconnect do for er mein disconnect mit seinem controller mit 2 eu pro players digga epa Banking Milch placed top 100 so n ding nalda ich komme dach wieder ich komme dach wieder lukas juch lukas 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 Okay. Ich fick mein Leben, Mann. Ey, hört mal zu, es regnet draußen. Das ist ein Level-Up, du Aufpack. Hallo, hallo? Das ist Level-Up. Ja, doch, es regnet. Ja, was geht denn, Real? Das ist ein Level-Up, Digga, da klistert. Das ist ein Zuschauer-Arter. Pff, das ist in der Prime zwei Stück. Ey, ich hab einen Brief bekommen, gell? Heizkosten steigen, oder so. Ja, ja, ich weiß schon, alles steigt. Ja, auf 170. Strom, Lebensmittel, Tank, alles steigt, Digga. Das ist Abzocke, Digga. Aber weißt du, was nicht steigt? Der Lohn. Ja, der Lohn, das ist Abzocke. Digga, weißt du, was steigt? Deine Arbeitszeiten steigen mehr, nicht? Ja, Mann. Das ist grad wirklich so, Mann. Mehr Arbeit und dies und das. Ja, gib mir mal Geld, du Uhrensohn. Ja, ich hoffe, dass die irgendwas auf die Straße gehen, dass die irgendwas bewirken, Digga. Ja, Mann, ich glaub schon, Digga. Überleg mal, wenn die nicht arbeiten gehen. Ja, Junge, dann sind die Regale leer, Digga. Lukas, macht das bei euch Konzernium? Was streiken? Digga, seid die Riesenfirma, Mann. Ihr habt zwei bis drei tausend Mitarbeiter. Die ganze Firma zusammen. Ich denk schon, dass, ich weiß nicht, ob die streiken, ich hoff's. Digga, wenn die streiken, dann geht's so voran, weil, weil die beliefert, ja, ihr tut weltweit beliefern, Digga. Mercedes und alles. Und vor allem auch, äh, wegen Tabletten und so. Ihr tut ja, ja, Junge, wenn ihr nichts macht, Digga, dann ist es ein großer prozentualer Teil auf jeden Fall, der was bewirkt. Auf jeden Fall. Digga, Maggi soll auch striken, äh, äh, auch streiken gehen. So, echt? Ich wollte striken sagen, gell? Ist das Striker Pump, oder was? Ja, ja, hab ich zu einer Striker, ich hab vor, das macht wirklich einer, ich hätte so gelacht. Einfach mit Spaß reingehen, Digga. Ey, Raffi, das ist der beste Arena-Spot. Hier kannst du sofort, Leute, Junge, glaubt mir. Hier kannst du alle Gegner lasern, hier vom Berg ist zum Beispiel ein Ranger, Junge. Ich nehm die jetzt, wenn der jetzt einer da wäre, hätte ich ihn gelasert. Dann ist in der Seilband, Digga, kannst du sofort wettermoven, hier runter, guck. Palm liegt direkt in den Striker, in den Striker. Oder ich hab den Lex, Digga, obwohl ich einen Vierer-Ping hab, Alter. Ich hab einen Dreier, der ganz weiter, what the fuck, haben auch die deutsche Lobby's, glaub ich. Oder EU. Ich hab nuller-Ping, ein nuller-Ping in public. Ey, da stimmt was nicht, das muss wet die Lobby's, ich wette. Nee, das ist bei mir laggy. Das stimmt gar nicht mit dem Ping. Bei mir auch. Dann sind's die FPS. Nee, FPS hab ich voll. Boah, was labert ihr, Digga, der Ping ist mega krank. Ich könnte unsichtbar editieren, ich schwör auf alles, ich könnte unsichtbar editieren. Kannst höchstens Corona-sacken. Du kannst meinen Plan hören. Pisch! Pass auf, wie du redest, Mann. Mit dir bleib ich schwach, die ganze... Ey, dieser, der Big Marcel hat ja BMW. Wass du, ich glaub, ich hab mich mit dem zerstritten, der hat mich geblockt oder so. Ja, Digga, ich war da eigentlich, früher schon. Was? Früher, oder was, oder vor kurzem erst. Nö, ich glaub, früher, keine Ahnung, Mann. Was juckt mich der Fertzock, Digga? Junge, ihr habt immer geschlitten. Immer. Ich und Big Marcel? Ja, ja, weil früher war der Junge vergleicht, Digga. Manchmal war er besser bei der Fizze. Ja, Junge, du warst früher, warst du nicht so gut. PC hat die Welt verändert, würd ich mal sagen. Sachse? Nö, ja. Ich weiß nicht, ich überleg mal 240 Hertz-Monitor zu holen, da gibt's welche für 180, 160. Mach doch. Junge, das ist genauso selbe wie den Raffi. Raffi-Monitor ist so gesunken, ey. Ich hab damals richtig viel bezahlt, den MSA-Curved, ne? Ich wollt die verkaufen. 110 Euro, Digga, 120 Euro, dann nehmen sie den, weil's nur noch solche Angebote kamen, weil die Ding kamen. Die Preise komplett im Abgrund gesunken, Junge. Oh mein Gott. Nur noch gedauert sind die Preise, Junge. Und jetzt, jetzt dasselbe Grad. Aber früher waren sie noch krasser. Runden, unten. Jetzt 240 Hertz-Monitor kostet nix mehr. 390 Hertz, Digga, gibt's sogar. Oha, übertreffert. Doch, es gibt wirklich 390. Digga, das braucht man klar nicht. 360, aber die over-clocked. Das sind die von Werk aus, Digga, dann 390 overclocked von Werk aus, Digga. 390 Hertz, man, wir würden die mich verarschen. Das ist besser als 240 Hertz auf jeden Fall. Aber Digga, warum brauchst du das, man? Du brauchst einen Petit, der das überhaupt erstmal... Digga, Amar hat auch einen, aber Justy nicht, er hat 240 Hertz gelockt. Er sagt, 240 Hertz reicht. Spielt jeder fast. Ja, ja, weil da kannst du richtig krass, richtig krass editieren und so edit-backen so machen. Geht auch mit 144, aber 240 ist nochmal ein Stück besser. Ach, ich weiß nicht, ich hab schon überlegt. 240 Hertz, ich hol mir bald... Ich hab mir richtig krass einen PC, ne? 9. Ich müsste, also, Gehäuse alles, 64 GB RAM, Digga, das ist einfach schon drin. Äh, ne, 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 i9, 9900K und, äh, weiß nicht, Wasserkühlung und Zeug. Ich müsste nur meine Grafikkarte einmachen. Digga, mit dem PC. Warum ist die Scheiße, oder was? Na, mein Grafikkarte ist gut, aber meine CPU ist nicht so... Die ist, die, die, das ist halt das. Die schauen gut, das reicht, da siehst du, ich hab ja 165 FPS in Public Konstant, aber es geht halt mehr, so weiß ich mein. Und in Late Games, wenn jetzt, überleg mal, 40 Leute sind, dann hab ich wie Lechi, Digga, 10 FPS gefühlt, also 100. Und 100 ist halt schon krass, wenn es 180 ist. Bei Lechi sei, von Lechi ist Orga, Digga, die PCs sind total scheiße. Er hat einfach Solo Cash gehabt, 80 FPS gehabt, am Ende. Ja, ja, sie sind total kacke. Er musste streamen drauf, weißt du, streamen und zocken. Dann war mein PC sogar besser. Aber, Junge, überleg mal. Er hat einen Streaming-PC und einen Gaming-PC, der fickt unsere PCs, Rafi, ne? Tschö, mal. Vielleicht, oh, ich krieg auch das von meinem Bruder, das, seine i7-8700K. Eh, i-kf hat der, glaub ich, sogar. Das ist auch krank, man. Digga, der Typ ist so krank, er macht sein PC auf 1000 FPS und dann wundert er sich, wenn er kein Geld mehr hat, Ende des Monats, Digga. Wer denn? Naja, so ein Kollege von mir, den kennst du nicht. Was will er sich holen, 3080 Ti oder 3090? Ja, Digga, keine Ahnung, das Beste vom Besten, Digga. Du musst die 1000 FPS... Der Typ ist so krank, Digga. Digga, es gibt PCs, die haben 1000 FPS Public mit full Einstellungen. Full! Das ist, du musst drei, also zwei, also zwei mal die 3090, die beste Grafikkarte, die es gibt. Zweimal drin, ey, Junge. Irgendwie zwei, hör zu, Rafi, 256 Gigabyte RAM DDR4, überleg mal, 246, Digga. Den besten Prozessor zweimal drin, das ist ein Double, also Double, so weiß ich, wie ich mein, das gibt extra Mainboards, die können Doppel-PC-System leiten. Junge, überleg mal. Auf 4K oder so, Digga, 1000 FPS. Oder weiß ich nicht, 2K oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall hoch, alles hoch. Da hat er einfach 1000 FPS Public, Junge, Public. Überleg mal, Rafi, überleg mal. Digga, wo seid ihr? Äh, ich weiß nicht. Bro, wo bist du hingelaufen? Ich war gerade noch neben dir. Ja, ich bin weiter gemoved, Digga. Digga, ich hab hier Metzgefarmt hier unten, weil hier Stein ist. Ja, ich hab schon Stein. Digga, ich hab's nicht vollgekriegt, ich hab's erst jetzt voll. Hier ist noch ein Biggie zum Mitnehmen. Ja, ich hab schon welche gefunden. Ich hab's auf Splashy. Ich hab sechs, Junge, ich hab sechs. Splashy. Ich muss, Digga, ich höre nur so Splashy. 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 Digga, ich muss selber lachen, halt. Digga, sag, was machst du eigentlich mit deinem Voice-Track, du fetter Nutten. Was ist mit dir? Er ist wirklich ein fetter Nutten. Also fetter, nicht, aber groß und breit. FETTER, Hurensohn, Spanplatten-Gesicht. Krieg ich schon gleich. Soll ich mal kurz deine Mutter bumsen, oder was? Ich bumse dich gleich. Alter. Hey, hier sind zwei Spy-Distiger, das ist so gut. Die haben aber nur zehn Prokert. Wie viele sind grad on-stream, Bro? Wie viele Zuschauer? 50 K- oder? Drei. Ja, 50 K- oder? Wer ist da drinne? Ey, was geht? Ich kann' aus. Seine Mutter. Seine Familie ist da drin, Bro. Der Noël ist auf jeden Fall da. Der Noël, Noël, komm mal ran an den Meter. Welcher Noël? Das ist ein Noël, der wohnt hier in der Nähe, weiß. Der hat Arme wie ein Zahnstocher. Ich hab das mal gesagt, wenn ich dagegen kuste, brechen die durch, gell. Ich schwörste, ich müsste so lachen. Der Arme, Mann. Rest in Peace, Noël. Gefallen, abreden. Der Schuh. Und letzter wollte irgendwelche Typen in der Schule schlagen. Wir sind einfach hingegangen. Digga, wo seid ihr? Ey, da ist ein Gegner, Sandro. Scheiß auf ihn. Kill ihn doch, du Pro-Player. Aber ich weiß nicht, ob das Gegner gewesen oder nur einer. Ich komm zu euch, das sind die, die was Geld zu tun werden. Die sind bei mir, die sind bei mir. Ja, sag ich doch, die sind bei dir. Du, seit wann gibt's Kopfgeld in Arena? Schon immer, what the fuck, Mann. Die sind doch schon, Traffi. Ja, ich komme. Ja, dann hol sie doch, Digga. Aber die sind zu dritt, Mann. Ich fick die gerade. Also einer ist auf jeden Fall, der hielt sich für mich. Ich bin da, geh die fighten. Soll ich fighten? Easy. Also die sind eh schon bei dir, ne? Ja, unter mir ist einer. Warte, tschö. Da rennt, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt doch dead sein. Er muss mit Spidey. Die mit Spider-Man muss runterschicken. Ich bin unter, oh mein Gott, ich bin fast runtergeflogen vom Berg, schon wo ich bin. Oh me, oh me, der eine ist, oh me. Der will weg, die gehauen alle ab mit Spider-Man, die wichser. Digga, gib ich ein Hit und er ist dead und Fallschaden. Ich weiß, aber ich kann nicht hin. Das sind beide, die Moven, beide, oh mein Gott. und wir haben ja meine die fiktik das meine ist dass er in die Wurz fix auf den NMK 7 er meint ihr sterb an Fallschaden hier ja ne ja safe hier ist ein Lila name wenn ihr wollt er meint meint ihr ich überlegt es wenn ich da rein springe ich frag euch jetzt ich mach's jetzt wenn ich tot bin hielt mich Herr Sandro gönnt ihr die Lila name K7 boh de what the fuck man warum hast du denn hier eine Goldnäge gekriegt dass du dickst ich hab's ich weiß nicht hier vorne irgendwo das sind aber nur zwei glaub ich sind total dogshit ich hab den einen so fully peacefully cheese aber dann kam der andere der muss nicht ganz Raffi die sind weiter nach links ja die move'n nach vorne die sind jetzt vor uns irgendwo weiter Richtung Nordwesten oder sonst wer ja der Kreis geht immer weiter nach vorne das Ding ist die checken gar nicht dass wir Kopfgeld haben noch 1,30 aber egal der eine hat safe 5,6 Schüssel verbraucht ich weiß nicht wieviel da vor Ort hat er glaub ich auch noch zwei der hat auch eigentlich nicht mehr viel da kann ich weg lang raced well da kann ich dann weg ja 10 scheiß auf das oder ich hab schon mal zeigen ja egal ich hab auch Metall vielleicht Metall Digger 200 Metall brauch ich ungefähr die sind hier die sind hier ja die hauen da drin die hauen mit Lambo ab Lambo äh Lambo ficke ich ins Arsch doch dicker ja der haut ab der Bastard ey das Lama und das Auto fährt weg die was ist das denn mann lass uns Lama gehen ah stimmt Rafa das ist ein Chili Splash das ist ein Chili Splash man bös krank ja aber ich hab schon eigentlich alles was ich brauche Splash Digger Splash man ich hab Splash aber Chili Splash ist nur meine Hand Splash Splash Digger Splash 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 Digger bleib doch stehen du Wuren Lukas 50k Zustau oder? schön wärs aber Lama verpisst sich lass uns den Pre in Ruhe ich chill mich mal kurz im Busch er holt mich heute morgen ab Digga aber nach Hause fahren tut er mich nicht ja ich musste ja gehen ja mit deinem angeblichen Corona ja hier sind wirst viele Wiggis ja ich geb dir gleich ein Wiggis das geht Rafa Kopfkölsch hergeschlagen ja aber die abgehauen sind man scheiß drauf lass mal Metall fahren wenn der Tank wird ein Auto nehmen und da mit Jukin oder? nein kein Bock auf Metall oh mein Gott das Leben keine Gegner mehr hä? was für kein Bock auf Metall Junge bleib bloß so late da kannst du nicht gespeed werden wenns gut ist wir machen das dir wie jetzt wenns FNCS her wohl wenigstens 300 Metall ran 300 Metall reicht ich hab 100 Metall das reicht Bruder ich hab 274 Mann du wirst eigentlich von mir ey Lukas willst du n lila Fisch? ich hab 2 Splashys ey Dings ist zu schwul geworden Noah achso hast du Noah seine Hose gesehen mit dem Gürtel Digga nein ey ich hab noch die Wahl was trägt der für Hosen sag mal her irgendwie warte warte wenn das noch drin hat zück ich's dann nach der Runde ich dachte so so what the fuck du kannst doch nicht so n Gürtel tragen mit Glitzer und so und die Hose so hängen lassen was ich dachte mir erstmal so scheiße auf dich man ey Benzin ist teuer geworden sagst du oder? ich tank schnell auf aber nicht voll wie viel tankst du? na boah ich weiß ja nicht achso du tankst doch gar nicht warte warte ich tank grad ey Zone Sandro Zone Sandro ja ich raff ich hab voll getankt Digga ja ich auch es war teuer wo bist du komm her das ist ein lila Vogel bei dir mach ihn da 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 ich bin nicht mal bei dir natürlich der ist grad bei dir der wo ich hinfall guck jetzt fahr ich ihn tot boah das würdest du gar nicht wissen was es mir gegeben hat oh mein Gott so eine krasse Waffe Lila Yara gegeben Lila Tag hat er mir gegeben Lila Yara hat er dir gegeben Lila Yara hat er dir gegeben nein 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 der ist voll lass mal Ding hier wie heißt ich statt da vorne da feiten welche ey wir könnten das so safe Gewinner halt ja Digga ist Leben keine Gegner man ne der ganzen Sweat ist in der Schule ne der ganzen Sweat ist in der Schule man ey lass auf das Jump da oh mein Gott hier unten lass blicken lass drauf gehen Rafa oh mein Gott das nia Pro Player oder was man was hat er mich da gesehen ja fick deine Toten du Muttensohn ich bin dead digga ich bin dead nein digga die wo dich sprayen hab ich gesprayt die am Eier flattern das ist lau was Rafa wir lass uns ansplashen nein das ist ein Gegner nein das ist ein Gegner nein das ist ein Gegner Rafa wir lass uns ansplashen digga Rafa wir lass uns ansplashen digga ich bin dead die haben angezündet die haben doch angezündet du random ich bin dead on me er hat den edit ich bin dead digga ich wurde komplett gesprayt ich bin dead on me oh mein Gott ich bin dead on me ich bin dead on me oh mein Gott wir werden gebullied digga ja ich bin gebullied Rafa oh mein Gott drei Leute du fetter Hurensohn bruder das sind solche Hurensohne bruder das sind solche Hurensohne Ich zieh mich, ich zieh mit den Alter, wurde der gefickt Alter, ich zieh mit den, die hielt mich Die slasht mich, hielt mich Die slasht mich, ich zieh mit den Ihr Hurensohne, ihr Gottverdammten Mutensöhne, Mann Ey, geht auf Placement, geht auf Placement Komm, Raffi, komm, wir hören ab Digga, ich hab den eingefickt Du, Lukas, lauf einfach weg, lauf einfach weg Er wird vom Trio gepusht, er kann gar nix, Mann Raffi, geh weg, Digga, oh mein Gott, du hast gepullied Move, move, move Weg von Lukas, weg von ihm, Digga, bei ihm ist ein Trio Aufschöpfen, Digga, nein Oh mein Gott, du bist so bad, Junge Oh mein Gott, Bro Oh mein Gott, geh weg, einfach weg, Junge, geh doch einfach weg Oh mein Gott, du wirst so gefickt Du hast doch den weg Lukas, geh nur auf Placement Du Hurensohne Placement, Digga, es muss nur noch ein Scott sterben, lass ihn sich gegenseitig ficken Er ist total überfordert, man, lass ihn nicht so Druck machen Geh weg, die Zone Bleib doch stehen, die Hörner des Steps Und splasch du hin, Digga, splasch, 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 geh in die Zone, splasch dich Splasch, splasch, splasch Hey, splasch Bruder, und er hat Travis Scott, und er hat Travis Scott weg, Digga Ey, splasch dich jetzt, lauf zu Wir ficken dich, du Dolce Player, was machst du denn, oh mein Gott Ja, ich wusste, dass sie da hinten waren Er Travis Digga, ich hab den einen so gepullit für den Hurenzuhn, Digga Ich auch, ich hab einen so gepullit, der war 10 AP, aber der kann sein Mate mit der MP Dich brrrrrrrr Alter hat das gut getan, Digga Aber weißt du, ich hab ihn gepullit hat mit dem Gott mit diesen Metallbänden Nein wir spielen Creative, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier Nein Junge, nein, nein, nix Creative, man Publix ist gay, man Nein Publix, wir schaffen das Ich spiel kein Arena mehr Doch, let's go, Junge Der Lukas in Stream, Fortnite Arena Ich guck's nicht an EIN ZUSSCHAUER! Ich spiel kein Arena. Er hat 600 Punkte! Er ist wahrscheinlich selbst mit dem Handy drin und schaut so zu, du gell. 665 Punkte, man! Allein schon diese Runde hat er 100 gemacht. Hey Lukas, äh, are you champion, oder? Champion, hm? Ja, Road to Champion. Ich würd schon sagen, dass du Champion bist. Road to Champion, man, leck mir einen Arsch, Champion, man! Road to Champion, was labert der mal Road to? Hat er Road to Champion angegeben? Ja, ja, Road to Champion hat er nicht. Würdest du seine Kanal-Info... Leidenschaftlicher Fortnite-Streamer? Was? Leidenschaftlicher Fortnite-Streamer, Lukas? Mhm. Er abonniert Gebrüder lange, Digga! Daniel Lange kenn' ich, aber Gebrüder Lange ist wieder neu! Hehehehe! Ähm... Ach du Scheiße, Mann! Alter, morgens Top-Time-Cup, Mann! Was ist morgen? Top-Time-Cup! Top-Time ist Best-Side-Cup, also du fährst von 10 Minuten um deine Best-Side und es wird dann als Ding gewertelt. Ey, ich hab' keinen Bock drauf! Cards sind doch so unterschiedlich, Müll, Mann! Davor konnte ich wenigstens mit meinem... Oh mein Gott, ich hab' ne Krone aufgesammelt in der Lobby! Ah! Ja, ich werf' die auch immer weg! Der ist geläftet, der Random! Der hatte irgendwie 400 Met, Mann! Guck mal! Ja, bei mir ist gerade auch einer geläftet! Ja, das war der! Ich bin aber alles gehabt gezogen! Einfach Top-Time-Cup, Junge! Ich hab' gar keinen Bock auf den Rotz, ohne Witz! Ich fahr' konstant, das reicht mir, Digga! Ich trainiere auf Konstantität! Oh mein Gott, wir sind so safe dead! Digga, Papa ist so schwul! Ich bin der Raffi, ich bin das erste Mal Outdoor-Card gefahren, gell! Ne, mich am Arsch, Mann! Ich bin so auf der Strecke gehauen, einmal, weil der eine gemeint hat, ich kann alles ohne Bremse fahren! Das geht so bergab und ich fahr' da, da kriegt man 70 ungefähr drauf! Und ich lenke um die Kurve und will die nächste nach links reinziehen und bremsen! Ich geb' bald Vollgas, ne? Junge hat mich rausgehauen! So, ich hab' noch gebremst, dass ich nur ein bisschen raus in die Erde gefahren bin! Leg' mich am Arsch, Mann! Der dumme, fette Wichser! Alles ohne Bremsen fahren! Und da hab' ich mir gesagt, das ist Jürgen, was laberst du? Also, hier ein bisschen bremsen musst du schon bewohren sollen! Ich bin dead! Ich dachte, ich bin bei dir! Ich bin dead! Ich bin dead! For real, Digga! Oh mein Gott, das kann die Waffe! Fick ihn! Fick ihn! Geh weg 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 weg! Ach Digga, wo läuft der hin, Mann? Digga, der metzt aber ohne Ende! Ey, das ist unser Kill! Einer will jetzt zielen! Ich hab' ihn! Ihr Hurensöhne, Mann! Ihr Hurensöhne, Mann! Ihr Hurensöhne! Geh mich, geh mich, geh mich! Ja, OHA! Er hat MP! Digga, der geht auf'n Finish! Bruder, da kommt noch einer! Raph! Scheiß drauf! Nehm' mich einfach rein! Ihr rennt weg! Mach' mich einfach rein! Nehm' mich rein! Nehm' mich, nehm' mich! Nehm' mich, nehm' mich! Nehm' mich doch! Perfekt, Mann! Stark! Starkes Gameplay aus dem Stream, oder? Spannplatten-Gesicht! Stronges Gameplay aus dem Stream, oder? Das würde ich mir auf jeden Fall geben! Waffe, ich hab' keine richtige Waffe, gell! Außer'n Pistol! Rasante Grüße! Oh mein Gott, hier ist der Tag! Hast du hier nicht reingespaut, Mann! Das eine Tag! Rasante Grüße an den Stream! Das ist der No-Joel-Noel! Nimm' mal noch da! Ey, lass hier rein! Lass hier rein! Oh, der Biggie, den gehör'n nicht mehr! Ich klebe noch mal ne Ebene tiefer, vielleicht sind noch mal Minis, aber was ist das? Ein bisschen Holz, nimm' mal mit! Rav, hol die Sachen! Rav, hol die Sachen! Rav, hol die Sachen! Rav, 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 rav! Rav, 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 rav! Rav, 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 scheiß' dir in den Hals! Ey, Rav, wieviel hat dein VW, wieviel PS? Was? Äh, 160 oder so! Ja, Alter, leck mich ja mal schon! Lugas, wieviel hat dein Fiat? 69 Ey, das ist krank, glaub mir, das ist so'n mini-leichtes Auto man, das ist schon krass! Er kann auch, er kann, er kann den locker mit Chip-Tuning noch hochpushen, Digga! Der Motor, das, der hat mehr drauf! Ach wie unten! 10-15 PS krieg ich schon noch rein Oh mein Gott, er ist nur Lasertraffi, er ist nur lasert Er hat 10 AP, 10-20 AP Nein, er ist padded Ich lasere ihn in der Luft Er wurde genau Er wurde abgeschafft von neben uns Oh mein Gott, die Hurenzöhne Oh mein Gott, ich hab dieses lila Striker Ich bin wert, du lässt mich einfach allein, Mann Ich seh den, der, der ihn gelasert hat Digga, er hat so aim, er hat so soft aim Oh, ist das dein Ernst? Ich schwöre auf meine Mutter, der hat nur soft aim Ich schwöre auf meine Mutter, der hat soft aim Ich hab mir Biggie noch rein, ich komm gleich Digga, er hat so soft aim Er ist so ein ekliger, er hat so soft aim Ich hab jeden Schuss getroffen, aber er hat only Headshot gegeben Only Und ich hab mich mies gemufft und er nicht Oh mein Gott, die kommen Der eine soft aim, der eine soft aim, pass auf Der hat soft aim Oder der, keine Ahnung Die Nosekins hat soft aim Irgendein Nosekin hat soft aim, das hat er uns Scheiß drauf, geh auf Lace mich Hol meine Map late Hol meine Map später Hol meine Map später Lass sie fighten Lass sie fighten Digga, wirst du abstauben? Du bist so ein Statman, weil ein Trio dich fickt Ich seh'n nicht, seh'n nicht Lauf rechts über Ding Rechts über, über das neue Gebäude Ja, 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 rechts, rechts, rechts Wo wir rechts, wo wir drüber, rechts Jawoll, jawoll Versuch mal die Map zu stehlen Und lass weggehen Und lass noch mal neu starten Wir machen den Refresh Du den Refresh Die Stairs von uns, die Stairs von uns Dreh sie und geh hoch Die Stairs Ja, die kommen Die Hurensöhne Hinter die rechts kannst du aufficken Die werden mich in den Arsch ficken Scheiß drauf Ja, natürlich man Ich hab, ja scheiß drauf Die Map ist, ja Ja, die krieg ich ja locker noch Unter, unter, unter Weg, weg, weg Springen die Treppen Ja, ja, wie du willst Mach wie du willst, Mann Das hören die doch, Digga Die haben doch Software Was denkst du, was die noch alles anhaben? Versuch meine Karte zu getten Digga, deine Karte bringt gar nichts mehr Du machst nicht meinen Kill Ja, die kommen Ins Auto Na, auf 13 Nö, ich musste nicht freundend Cruise 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 Larry Cruise 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 Das ist halt was anderes wie man. Das bockt gar nicht, Digga. Was willst du denn spielen, Mann? Creative. Der ist so creative warrior, man, der will nur creative spielen. Ja. Ohne creative player. Bro, wir sind doch Gott, du, oder nicht? Ja, trotzdem, Junge. Creative ist die Macht, Digga. Creative ist scheiße. in seiner Trommel, Digga, day one, day one, day one, day one, day two. Ich komme euch, klar. Nimm até das, Nimm até das, Nimm ins Flexen, Lucas, nur Toyle,oyle. Wir müssen checken, dass wir Toyle sagen. Weil, das ist toll, du bist. Du gehst nicht, ne, das ist so Angst? Wenn die Toyle weht, dann sagen wir hier, Äh, ey, Toyle! Hey, schreibt der Neue, was rein für eine bessere Geschienste, Lutz mir ein. Ein Trost zu gehen, das ist nicht mehr normal. Ist so. Von wo kommt es? Als ob du richtig vergast wärt oder so Werden sich vergast? Die Russen greifen an Ich schwöre wir werden vergast Das ist anders gelb alter Ist das von Sahara oder wahrscheinlich? Ja wahrscheinlich wieder so Sahara Staub oder so Kann schon gut sein Das ist so gelb wie meine Pisse wenn ich richtig viel getrunken habe Travis! 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 Weiß alle denken jetzt Travis ist mies gut man Travis! 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 Raffi Digger Hey Raffi hast du schwarzer Ritter? Äh ne du? Ah ne stimmt ja du hast ihn nicht damals Ja stimmt Ja ich hatte ihn nicht damals In dem nächsten Battle Passer sind 3 Aaaaaa Boxhide Loot Das waren wir Lieblings tanzen Da 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 Oh je die gegen Striker Und die gegen Striker Lukas geboxt fight Lukas geboxt fight Es fehlt eh noch einer Schaut doch Scheiß doch wir bulli'n die Lukas geh zu dem wir bulli'n die Ich geh nicht zu den Verpiss dich Doch Junge wir bulli'n die Die lieben sonst was 3 ist Dann können Sandro und ich Praktis nicht Ja einer's 3 Einer's drin die sind jetzt mehr Lukas du Uhrenso geboxt fight loot Ich seh nur mythic madness jungen Bist du geistesbehindert Warum? Ja weil wir Boxfight Loot spielen Digga hast du ein Fisch mit Minis Wenn wir jetzt Striker spielen Lass rausgehen Nein nein wir müssen die finden Nein ich schwöre wir müssen rausgehen Nein Ich spiel nicht gegen Kot Digga Ja wir haben da stand Round 1 Team 1 Doch nicht Nein Lukas Ja Ja Digga Ah 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 Bruder ich hab kein bock auf den Loot Höh Ich hab auf einmal MK saven Ja Digga wir haben doch gesagt Das ist wegen dir weil du ja Geistig Ey der bei mir cracked voll Digga Der Hurensohle Crackcat man Die sind bad glaub ich Ja die sind alle bad aber der denkt der wärs man Fack mich voll ab Digga was wie viele wollen hier noch in mir heil kommen Einer dead Bruder der Spiderman hat mal anders gelutscht bei mir Er hat nen 110er Er hielt sich Hey wir spielen gegen einen da was redest du da Digga Wer wir Hey wir spielen doch nicht mit Dings zusammen Ja mit wen ich heult Lukas Digga hat nen 110er Wenn er gegen einen spielt Digga Digga ich wollte vor dem gelben geh Gehopst Er ist so dogshit Er ist so dogshit Er ist so dogshit Ja der ist so schlecht Es blieb oben der ist so dogshit man Ja ich dachte unser teammate ist gestorben Nein man zeige ich man Junge Was ihr habt alle goldene Sachen hä? Ja ich hab gott Digga ich hatte grün Digga ich hatte grün Mein Top Headshot war 139 Digga Und der gab mir 174 und dann gibt der mir ein Ding und ich bin tot Ja Waffenvorteil Digga Ganz klarer Waffenvorteil man Er ist so dogshit Was macht der Murensohn Digga Er ist dog Er ist dog Er ist dog man Er ist dogshit 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 Jawoll! Er ist bei mir! Er ist bei mir! Ich hab keine Ahnung mehr! Warte, 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 warte. Hier. Besser ist es für dich, Junge. Weg mit dir. Ey, auch zu finischen, man. Ich hätte gedroppt. Scheiß auf dich. Scheiß auf dich. Du musst high droppen, du musst high fliegen. Hab high? Ja, sag ich ja. Boxt! Oh, ich hab bitter, ey. Guck mal, guck mal neben dir, guck mal neben dir. Nein, schau ich nicht! Funny Fresh, Digga. Ist nicht witzig, aber funny. Funny Fresh, Digga, wer kennt's nicht, Alter? Ey, kennt ihr diese Schoko Fresh? Ja, nun, ja. Oh mein Gott, Mashallah, Digga. Oder Maxi King, Alter, Junge. Ich kauf, glaub ich, gleich. Schoko Fresh, Schoko Fresh. Ja, ich überleg auch, Digga. Schoko Fresh ist krank, Mann, wenn du so kalt hast. Aber es ist voll abzocke, das ist voll teuer, Digga. Ja, aber es ist krank teuer für so'n Mini-Ding. Aber die schmecken halt zu geil, Bro. Fullbox! Fullbox! Dogshit! Er ist runtergegangen. Der Wichser. Und mir ist Dings. Spanplatte. Der wird kurz geklippt. Okay, okay, okay. Spanplatte, was machst du da unten, du Pimmel lecker? Ey, goldene Spider-Man, geht irgendwo hin! Digga, das sind zwei Spanplatte-Camp mit dem anderen Pimmel lecker hier unten. Ich komm, ich komm! Wo bist du? Oh mein Gott! Spanplatte-Bullit! Oh mein Gott, er hat mir Warnpuppe gegeben! Oh mein Gott, er hat mir Warnpuppe gegeben! Ach so, ja, goldene und niederne Waffen! Ich krieg grün, Mann! Ich bin doch da, Bro. Ich bin da, ich bin da, mach dir keine Sorgen. Ich bin doch da, Bro. Ja, Digga, ich kam rein für dich, Mann. Du hast mich, ich hab dich gecarried, du mich dann. Ja, okay. Ich hab, Spanplatte hab ich nicht bekommen, gell? Ich hab ihn trotzdem den Hit geblieben. Sorry, du Model. Spanplatte weint. Span... 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 Ich hab, ich hab, ich hab... Digga, irgendwas kickt mit unsern Stimmenhäut, Jowie. Ja, Funny Fress und, eh, Splass und... Spite Dumban. Alter. Warum hielt sich da jetzt schon einer, Digga? Die Runde hat grad erst gestartet. Save Spanplatte, Digga. Ja, Digga, am Fallschaden wahrscheinlich. Digga, was... Ich geh für high! Ich geh für high! Digga, der chillt ja auch nie high der Nuttensohn da hinten. Ja, du Nuttensohn. Jetzt zack mir was du kannst, hä? Komm her, Spanplatte. Oh, mein Gott, Bro, I'm dead! Oh, ich hab ihn geschüttet. Oh, Spanplatte wird bullied. Peace Control. Ich komm, ich komm. Digga, sorry, Alter. Mate carried alles hier. Der Chamsi! Der Chamsi! Der Chamsi! Ja, lass ihn neu suchen. Hey, chill! 5 Runden, save. 4 Points. Digga, es ist langweilig, Bro. Er sagt immer, Digga, das ist langweilig, Bro. Immer! Digga... Bro, bitte! Ja, er sucht auch schon neu! Yeah, Junge! Yeah, Junge! Jetzt hab ich den! Nö, 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 nö. Die Runde wird gemacht. Lukas, bereit, machen! Oben steht was! Mach das! Mach das! Mach das! in einem Kindergarten Kind erklären, Digga! Oh, Lukas hat so mieskrank gehetzt! Pass mal auf, der bulliht dich gleich! Ey, ich bin raus! Ey, ich auch! Der bulliht dich, Bro! Ich bulli den, Digga! Was laberst du, Mann? Das einzige, was der bulliht, ist seine Mom! Boah, ich war gestern, fett Meggis, Digga! Das ist ein Meggis, Digga! Das ist ein Meggis, Mann! Spaß! Ey, Sandro, geh nächste Woche schreiben, wir besser arbeiten! Ja, ich weiß, wie viele arbeiten! Ich hab doch alles aufgeschrieben! Spahnplatte, bist du ein Hartz-IV-Empfänger? Nö! Gehst du stempeln? Ja, ja, du gehst stempeln, du gehst stempeln! Ey, schon wieder! Pardas, so ein alter Emote! Jö, ich hab'n 500er Ping! 200! Kauf dir Internet, kauf dir halt Internet, Mann! Ich hab'n 1er, 2er, 3er, 4er, 2er, 1er, 0er, 0, 2er! Der ist jetzt wieder auf 10, aber ich hab'n... Wie viele Kronen, wie viele Kronen? Bist du schlecht! Digga, ich hab'n mehr als Spahnplatte! Knappes Ding, knappes Ding! Huch! Ey, komm, geh'n wir mal kochen! Nein, mit Spahnplatte ist er eine Emote! Der Spahnplatte hat alles gekauft! Der gibt's einen Nonos für Fortnite! Früher! Echt? Ja, ja, guck dir die Tänzer! Guck dir die Tänzer! Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Zeig' mal, was du alles hast! Zeig' mal alle Tänzer! So ein FN-Kiddy! Ja, das hat doch jeder! Der Monster-Trips! Das hab' ich auch! Nein, der Monster-Trips! Das sind alles Battle-Pass-On-Mode! Achso, ja, ja! Chicken-Ring-Macaroni! Chillin' with my Homie! Ticket-Wing! Ticket-Wing! Hot-Tocky-Pack-Pack-Pack-Pack-Pack-Pack! Bist du auch schon gut für FN? Ne, Ziel! Na, machst du denn gerne? Der hat alle Iconic-Skins! Graugler! Ich hab' ich auch fast! Ich wette mit ihm, ich hab' mehr ausgegeben als er! Ja, vielleicht Phubi-Mobis! Vielleicht Phubi-Mobis oder so! 50, 100, maximal! Was für Phubi, Digga! Du hast Partners, man! Allein schon Travis hat die Hälfte gekostet! Stimmt auch wieder! Keine Ahnung, vielleicht 100 Euro! Ja, wahrscheinlich, Digga! Digga, was laberst du? Ich hab' mehrere tausend reingesteckt, Digga! Was, tausend? Bist du geistesbehindert? Junge, weißt du, was die Skins schon kosten, was ich hab', Digga! Das geht nicht darum, was kosten! Es geht darum, was du reingesteckt hast, du Idiot! Du machst' das Fortnite kein'n Gewinn, Digga! Du machst' das Fortnite kein'n Gewinn, Digga! Safe schon über ein'n'K, Digga! Du machst' das Fortnite kein'n Gewinn, Digga! Du sagst, deiner kommt's paar tausend, das stimmt gar nicht! Vertraue mir! Ja, ich mein' nur, ey! Von den Skins her, was ich gekauft hab' Safe-Pakar! Ey, der Demot-Boom! Boom! Der Kopf, der bewegt sich wie ein Miskibot immer bei dem Skibot! Ey, wir müssen Boxfight-Root gehen! Hab' ich schon! Du hast' das nicht gemacht, Digga! Ey, mach' nicht dein Move! Striker plus SMG wär' auch so'ne Sache, die würd' ich feiern! Mann, das sind Bots, die Gegner! Team 1, Team 1, Team 1, Team 1! Hier! Mein Bruder ruft an, Digga, was will denn der random? Assalamu alaikum, was geht? Nein, ich war an der Berufsschule und 8, also von 18 Schülern waren 8 Leute positiv, deswegen haben wir Home Office aber keine Aufgaben gekriegt. Ja, was heißt das? Ja, ja! Natürlich! Ey, Spray den! Spray den! Spray den, Raffi! Spray den! Der ist so One-Shot der Spider-Man! Digga, Sparnplatte stirbt! Natürlich, man! Der wird dir weggeschüttet! Der hat 150er-Hit! Der No-Skin! Der No-Skin! Der hat 2-23er! Junge! Oh mein Gott, ich wurde auch fast gepullied! Ich kann dir frisch geben! Ey, warum lag das bei mir auf einmal? Mach dich nicht peinlich, Bro! Warum sollte ich mich peinlich machen. Ich bin total schlecht. Full-Boxed! Ich treff nix! Boaah! Ey, Raum willst du auch zu schauen? Oh, er mit seinem Handy und ruft mich immer an. das ist ein peperoni abschlupfer arbeiten ich habe am wasser hier wäre es denn das wer da reingeschrieben raffi warst du das warum arbeitest du nur vier stunden du wichser alter raffi warst du das wo da reingeschrieben hat was vier stunden heimgeschickt wer bist denn du matz körper warum du fauler hund arbeite mal mehr raffi bist du das matz körper was hey warum gehen meine fps so runter ne noch nicht keine ahnung harz 4 ne irgendwie doch nicht absolut wie du gedacht junge verpiss dich doch das ist halt jemand halt jemand der zuschaut ahja jetzt hätte ich auch gerne roleplay spielen was da los oh mein gott raffi der ist da unten ich habe die fullbox aber hat mir einen hit gegeben der politiker der kann mir der kann mir peperoni abspüren geh mal für hei jungen ey sparen was machst du denn ich komm grad für was digga das wurde zu rein der urz ich habe 240 kerze es reicht du hast auf ich habe den hit gegeben ich habe 144 oh mein gott habe ich nie politen ja nein wir haben 240 mehr nicht mit wem redest du mit welchem kochon mein bruder jungen mein bruder raffa halt mal deine fresse man wie alt ist der äh ramon wie alt bist du 22 jetzt ne 23 du alter rentner jungen er hat 23 er weiß nicht wie alte bruder ist peinlich ja jungen weißt du viele geschwister ich habe arme nach sick drücken ich kann es mir auch nicht mehr ich kann es mir auch nicht mehr aber wenn ich zwei geschwister hätte das ist mir viel zu viel ja der digga oh mein gott digga ich sterbe gegen randoms alter jungen warum tut der typ alles blazen uah pepperoni kur Dalit Baumw chased auf kop Aber sowas von Schlupst du gern Peperonis? Oh ja Der Typ ist so trash man Barm Junge weg mit dir Krieg ich gerade Pickaxe Barm, Barm Was sind das für Lenk Gunner Dag Da kommen gehen wir direkt Team 1 Ey, Mama Mia Gatso, hol mir mal Boxfight Loot ran an dem Meter Nein, ihr wählt alle Euerway Striker, los Er sagt Noobs Rafi hat Noobs gesagt, guck Lukas, Boxfight Du bist so ein random Junge, jetzt haben wir Striker, Team 1, nein, die gehen Team 1, die shitten und sind so weg, man Digga, Spani, Jawohl, ich hab ne Spass Ich auch Ah, das ist nur Spass, Digga, die haben Spass genommen, aber halt mit anderen Waffen Oh mein Gott, der sweatet Der wird so gefickt jetzt Der Grüne hat schon Hits Kannst du schon Dead sein, Digga Schnauz halten Was? Er tanzt, Digga, hä? Ja, Spanplatte, der Bulli dich, Digga Was macht Sandro da? Oh mein Gott, der Bulli dich, Bro Krankheit? Voll reingeschissen Flopper Ah! Yes! Boah, Digga Scheiße Ich hab schon einen, ich hab schon einen Hinter mir Oh, Bruder! Spanplatte, fick ihn! Spanplatte, was kannst du eigentlich? Ja, ohaa! Oh mein Gott, big klatsch, big klatsch! Oh mein Gott! Spanplatte, wollen wir Account tauschen? Ja, alles mal! Travis Scott kommt eh bald rein, du Pietsch, Digga Warum sollte er? Welche ist? Welche ist? Nein, die haben damals schon gesagt Ich geh von seinem Mate noch 50, ich geh von seinem Mate noch 50, ich muss nur schälen Weil Fortnite Geld geil ist Ja, da hast du recht Hey Sandro, komm mal nach unten Ich lebe noch Digga, weil du auch ne Bereicherungssystem bist, oder was? Ist mir egal Ich lebe noch Bulli in Sandro, er ist Trash, Digga Ja, schau ihn an Krankes Aiming What the fuck, man? Ja komm, verreckt Sandro, ich hab viel, ich hab viel Ich hab viel Ich hab viel Sandro, 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 Sandro Komm, 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 komm Du du Peperoni am Schlupiere, Digga Schlupierer, Schlupierer Kannst weiter, der Zähler hat, der Peperoni zähler Oh mein Gott, der wird gebulliht, Digga Oh mein Gott Oooooooh Gebe weg, Digga, geplatscht, Digga! Geplatscht, Digga! Geplatscht, Digga! Ich hab auch den Tripplele zu gut versucht, ich konnte, man, ich konnte nicht, ich war so unterdrücklich witzig, aber... Ich hab den Stick gewechselt, Alter! Junge, wir schreien rum, als hätten wir grad 10k auch nix geholt, Digga! Türfeld! Oh mein Gott! Raffi, Raffi! MP und Spass, ey, Spass, Digga, ich fick dir alle! Spass! 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 Du Peperoni am Schnurrer! Oh mein Gott, der Nosekin is for real not bad! Du mein Peperoni! Pop! Oh mein Gott, ich bin dead! Jungs, ich brauch Hilfe, ihr fetten Nutten! Digga, ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Ich bin dead! Ich bin dead! Ich bin dead! Witzig, du Hurensohn! Achuscher Muttergachbar! Ja, er ist geleftet, mein Maid! Äh, den, was ich geküllt hab! Mein Maid, Digga, das sind aber auch gute Maids, Mann! Alter, smoke, du Peperoni, Bier, Alter! Lass die grünen bleiben! Bullied! Bullied Box! Shit an, Digga, was? Wer ist der, Bro? Take the fucking hell, Bitch! Wir sind alle geleftet, Digga! Mit Spanplatte im Team wird das nie was, Mann! Die sind alle geleftet, weil Spanplatte denen Angst gemacht hat, glaub ich! Ich hab die so bullied, Digga, so bullied wie noch nie! Ey, ich mach mal Map suchen, Map suchen! Jawoll! Mach ready! Mach ready! Lukas, ready, 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 ready! Das musst du streamen, das musst du streamen! Mach was! Abgebrochen, du fetter Wichser, Mann! Suche! Spielsuche abbrechen, Spielsuche starten! Jetzt ready machen, schnell! Was ist das für ein schwuler Tatsbach? Ready, 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 ready! Abgeschlossen! Haha, Raffi hat ihn auch! Ja, ich hab ja auch fast alle Iconic-Tents! Der Spani ist auch schwul, Digga, der kauft sich jeden Dance! Nein! Der, nein, die Iconic-Tents sind echt geil, Digga! Kein, kein Geld für Fleischkässe, Digga, aber dann so müller, aber nicht! Was für Fleischkässe, Digga? Das heißt Leberkäs, du Bastard! Das heißt Leberkäs, Digga, was für Fleischkässe? Was für, was für Leberkässe? Du dummer bist doch reich, ich hab Fett sein! Du einmal Leberkässe haben, Schatz, dann haust dir einen! LEBERKÄSE, Digga! Du, und so heißt das auch Bulldose, oder was, Mann? Was? Ja, heißt das Bulldose, oder was? Das heißt Red Bull, Digga, wer sagt... Bulldose, es gibt welche, die sagen Bulldose! Bulldose, Mann! Ich schwör's dir, es gibt welche, die sagen Bulldose! Oder ein Bull! Was sind das für die Runde? Ja, Junge, wer sagt zu Red Bulldose, wer sagt zu Red Bull Bulldose, Mann? Mach dich mal ab! So wie Leberkässe, Digga, ist das ein Leberkäs, oder was? Ja, ist es! Ja, ist doch Leber und Käse, oder was? Das ist ein Fleischkäse, du Opfer! Ein Fleischkäse-Semmel! Semmel, Digga, das heißt Fleischkäse-Brötchen, Mann! Das ist kein Semmel, das ist ein Brötchen! Leberkässe-Semmel, Digga! Leberkässe-Semmel! Champion Alex, Digga! Der Allerechte! Er lacht, er lacht! Lass den Bulli'n! Er war Spielkandal, ich bin reingegangen, er ist rausgegangen! Sie sind alle raus! Lass den mal ficken kurz! Lass nur ihn fokussen, lass ihn fokussen! Lass ihn fokussen! Team 1, Team 1, Team 1, Team 1, Team 1, Team 1! Digga, nein! Raffi, nein, nein, nein! Digga, Raffi, Raffi, lass unser Team, lass Team 3, Team 2, 2, 2! Raffi, komm, Raffi! Raffi, komm rüber, Digga! Wohin? Nein, Digga! Wir müssen zu dem Random! Komm! Du Huretion, komm her! Nein! Raffi sind's für Raffi, Digga! Raffi sind's für Raffi, Digga! Digga, hä? Wie können wir Splitted sein, Digga? Es ist nur... Fünf! Zwei gegen vier! Alter, es ist zwei gegen vier! Digga, was? Ach, Jo, ganz schön. Ja, das kann nur Sandro sein, wie der meine Eier will. Das ist geisteskrank, die Muschi. Ja, es ist geisteskrank. Oh, du wichst dein, Uge! Was redest du, Digga? Einfach bestes Movement. Bestes Movement? Lava damn, ihr war's voll, Digga! Ihr Hurensöhne, ihr seid solche Opfer, Digga! Ja, ich bin dead. Ihr seid solche Pimmelsucker. Hä? Oh mein Gott! Zehn Meter! Das waren zehn Meter! Ja, zwei AP, du Hurensöhne, ich bin dead. Haha, du bist so ein Opfer. Oh mein Gott, Harry, hab ich gejokt! Ja, wow, Digga, du bist... Fetter Wixler, Mann, komm her! Ah, du bist auf, Digga! Oh mein Gott! Fast gefickt, Digga, 160, du Bot, Digga! Ich bin... Du Hurensöhne, ich war's nicht weg! Digga, ich war's bullied, Digga! Oh mein Gott! Ich war's bullied, oh mein Gott! Du Hurensöhne, Digga! Quick, shit on, Digga! Quick, shit on, Digga! Ich wusste, was du Hurensöhne bist, Digga! Oh mein Gott! Du Hurensöhne, Digga! Wie kann man fast doch kassieren, Digga! Wie faked, Digga! Wie faked, Digga! Die ist einfach zu viert, Junge! Ihr Hurensöhne, Digga! Hä, wieso konnte ich nicht in dein Team, Digga? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Digga, dein Mail ist auch total dark, Digga! Dein Mail ist auch total... Ey, Sandro! Ich verreck! Ich bin in der Lobby drin geblieben! Also auf diesem komischen Podest! Achso, Digga! Das können die, bei uns... Bei uns stirbt immer einer, Raffi! Wurde vom Sturm mal indemniert! Scheiße, auf dich! Spahnplotte! Spahn! Ey, Spahn! Machst doch aufs Bar hin! Oh mein Gott, er hat mich jetzt voll die Boxed! Er macht natürlich das Big Mac fressen, Digga! Big Mac wet essen! Ey, wie kann dein... Wie kann dein Mail noch leben, Raffa? Nein, ich hab den Flopper nicht mitgenommen! Oh mein Gott! Shit dann, Digga! Einfach krankes Movement, Digga! Einfach Movement, Bro! Was hat das mit Movement zu tun? Ich hab dich vor die Boxen und sohn, Digga! Digga, ich hab dig out and moved, Digga! Schnauze an, Digga! Oh! Move, Digga! Du hast mir einen Lucky Warp-Up gegeben! Digga, ich hab mich geduckt und 200 geschittet, Bro! Digga! Du hast gar nichts gemacht! Du standst einfach nur da! Isst du... Nix hat da gemacht, Digga! Hey, Digga, euer Mail ist voll krass, Digga! Champion Alex! Stalkshit, Digga! Das ist der... Das ist der Opfer! Bullying, Bullying, Bullying! Sag doch, der ist doch! Der ist Tastatur, Maus! Oh, der fickt mich, Digga! Der hat 186, Digga! Der fickt dich nicht! Oh mein Gott, der fickt mich! Der hat so schlechtes Movement! Der hat so schlechtes Movement! Der ist besser als ihr, Digga! Der ist besser als du, Digga! Der ist besser als du, Digga! Aber nicht besser als ich! Ja, das sieht man ja! Der hat so schlecht! Alte Maul, Digga! Er ist Tastatur, Digga! Er ist nur Tastatur! Ich schwöre auf meinem... Der ist besser als du, Digga! Ich bin besser als du! AAAAAAAA! Hat man ja gesehen! Du Bord, Digga! Er kann gar nichts, Digga! Er kann gar nichts! Fick ihn doch! Ich schluck meine Mutter! Er kann nur nichts hier aufs Wacken! Digga, er ist der Beste! Was machst du, Mann? Er kann gar... Er ist sie viel... Ich sag doch, er ist auch geschehen! Ich sag doch, er ist auch geschehen! Ihr seid so bad, Digga! Hier, Junge! Hier, Alter! You Randoms! Kurz mal das ganze Squad gepullet, Digga! Was ist los, Jungs? Bisschen peinlich, ne? Ja, Junge! Ich red mich da nicht auf! Ich red mich da gar nicht auf, Mann! Bruder, er lacht und kassiert, Digga! Ich sag doch, er kann gar nichts, Junge! Ich hab ihm doch zugeschaut! Er kann nur editieren, mehr kann er nicht, Mann! Da ist wieder Raft, Digga! Schnell seinen Mate ficken! Ja, komm her, Rafi, Digga! Komm doch her! Move, Mann! Move, Mann! Komm her, Rafi, Digga! Ja, Dogshit! 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 Ja, so wie du, letzte Runde! Oh mein Gott, das ist dein Mate, gell? Bullied! Bullied! Ah, oh Gott! Der Hut soll wegen ihm fast gestorben, Mann! Ich hab ihm... Ich hab ihm One Pump gegeben! Lukas, du mal wärst du One Pump, Digga! Junge, ich hab ihm so... Ich hab ihm so 113 in seinen Kopf gedrückt! Du Opfer, sonst hätt er dich doch gefickt! Ey, der Champion Alex lacht, gell? Er hat nix gemacht, nix! Digga, er redet nicht, der Hurensohn! Ey, der Champion Alex geht immer raus! Champion Alex geht immer raus, gell? Wenn ich mit ihm reden will! Digga, wer sprayt mich, ihr fetten Opfer, Digga! Wie kann man so cringe 2 gegen 4 spielen? Oh, ich geh schnell pissen! Ich geh schnell pissen! Du bist so ein Notenraffi, Digga! Respeit mich! Respeit mich! Deine Mom, Digga! Das ist ein random, echt, ja? Oh mein Gott! Ja, ich hab Disconnect, Digga! Digga, ich hab Disconnect, Junge! Ja, ich hab's zu spät gehört! Scheiß drauf! Hast du noch nen Fisch gehabt, hier? Jawoll, Digga, das Ding hier! Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Ach die Scheiße, mein Mäd ist so ein Konzept! Sehr gut! Gar nicht, oder? Wahrscheinlich, Digga! Digga, ich hänge im Baum! Was?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ihn nicht gesehen! Digga, kann ich mal gerade auslaufen! Er hat 30 AP! Erzähl keine 30! Ich schwöre, Digga! Was dachte er, wer der ist, man? Was dachte denn er, wer der ist, man? Oh mein Gott! Als ob er euch fickt, Digga! Digga, jetzt fick ich ihn ins Reißmen! Du regst mich so auf, Ratten! Junge, er hat 30 AP die ganze Zeit, Alter! Holt's ihn doch einfach! Reicht doch wieder! Welection! Left 5 Nights Champion Alex lacht! Wetten! Wetten, raffi! Wetten, er lacht! Wetten, er lacht! Obwohl er nichts gemacht hat! Alex Champion kann nur die Tieren machen, wie Smaller, aber kein Mögen, ich bin, oh mein Gott, die verlieren, Digga, ich bin oben in der Zone, ne? Ja, ich bin auch dead. Lukas, hieh mich, Lukas, hieh mich, Lukas, hieh mich, du Dockshit, Digga, der vierte Player kann nach unten gehen. Digga, es ist so awesome, sorry, ne? Du, wies dich, Raffi, Lukas, hieh mich! Lukas! Ich hab noch den, ich hab mich verstanden. Lukas! Das war in uns, haaaah, wir haben uns geboren. Ey, Lukas, man kann da runter gehen, wo der... Oh mein Gott, ich hab's... Digga, Raffi macht das, Digga, Raffi fickt euch. Die anderen sind Dogshit, Digga, Lukas hat 186, wie war dir? Ja, ich bin dead, oh mein Gott, ich wurde zugefitt, Bro, scheiße. Das war Lukas, Digga, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist wie bei dir mit seinem Tri-Mix-Movement. Ja, ich bin dead, Digga. Digga, ich hör ne Controller von irgendjemand... Ja, das ist Fahrtplatte, Digga. Drückt wahrscheinlich das Paddle, Digga, aber kriegst's nicht hin. Bruder, wo ist mein Noc, ich brauch meinen Fisch. Sandro, wo ist dein Fisch? Ja, du hast keinen Fisch. Am Baum. Ich hatte gar keinen mehr. Scheiße, Digga. Digga, wo bist du denn? Ich war doch deine Stacks drumherum zum Fisch. Bulli ihn noch, Digga, bulli ihn noch, er baut nicht mal. Nein! Nein! Es gibt noch einen hinter dir! Er bist dich! Er hat Fisch! Er hat Fisch! Er hat Fisch! Er hat Fisch! Ich kann nicht aufheben. Der andere hat Spray, der andere Spray! Der andere hat... Oh mein Gott, der andere hat einen Double-Edit über dir. Warum auch immer. Los in Box, los in Box! Er hat aber 200 HP, ne? Er hat dich fast an. Er hat 200, er hat noch einen Fischer-Guinis. Easy. Junge, er hat hier 116... Hä? Du musst dich töten wegen Zonen. Das ist ein Lack. Wir haben keinen Maiden mehr. Yo, Junge, wie tief! Wai, yo! Ey, Lukas, du Idiot! Du musst einfach gucken, welche Map wir spielen, dann kannst du von der Startplattform aus da hin. Mit deinem Fisch müssen. Ich bin auswesend an Fallschaden gestorben. Digga, wie kann man 4 gegen 2 spielen? Digga, die Map ist ja anders verbuggt, alter. Digga, das geht ab und zu. Das heißt, dass dieses neue Team 1-Ding drin ist. Weil man kann hier in Team 1 skillen, kann dann drüben reinlaufen. Lukas macht bereit. Habi, du. Weißt du? Na, 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 na. Ich auch, ich hab ihn gesplieft, Digga. Also war der noch drin? Ja, ja. Ah, er hat auch Travis, Digga, aber auf Schwitzerkombi mit Schaufel, Digga. Ja, Bruder, ich glaub, der ist, der macht dieses andere ernst, Digga. Ja, ich glaub, die werden uns ficken. Holz Harald, Digga, das sind solche Deutschen. Alex G2, Digga, denkt auch erst bei Let's Team Clan, Digga. Box halt gut, schnell, schnell, schnell. Die werden uns bulligen, Digga, ich sag's so, wie's ist. Digga, meine FPS droppen. Marom, hallo? Alter, Digga, die deutschen Hurenzünde werden uns ficken, ne? Heee, was ist es, Digga? Die spielen alle auf PC, Digga. Scheiße, die waren gefickt, Digga. Natürlich, Mann. Ich hab FPS-Drops. Wegen, weil wir Spornplatte im Team haben, Digga. Ich hab FPS-Drops. Es geht nicht. Jetzt hab ich wieder keine. Digga! Was? Ey, der eine ist ohne Edit-Parkour, Digga. Ja, ihr Huren-Söhne, ihr seid so shit, Mann. Gebt doch zu Fünfter auf mich. Oh mein Gott, sind die krank. Ah, die haben nur graue Waffen. Jungs, wenn ihr das joked, die haben nur graue Waffen, die haben den Bock. Bruder, bei mir. Nein, der eine hat bei mir eine Spaß, Digga, bis zu euch Geistesbildnern. Ja, nur graue Waffen, Digga, bis zu euch Bildnern. Bei mir ist der Ultra-Mega-Guy-Giant-Schützer. Hat'n Hit, hat'n Hit. Ich sterb'n Voll-Shot. Du helb' es hat'n Hit, du helb' es hat'n Hit. Ey, ihr müsst'n mir helfen, ich hab' nur noch... Rafi, bei mir, Digga, der hielt sich. Aber ich hab' keine Mets mehr. Jetzt geht rein. Er hat Hit. Das von. Bruder, ist toll ein Opfer. Harley ist dabei, Digga, Harley Quinn ist noch hier. Die geht ab. Keine Mets mehr. Oh mein Gott. Fick sie, Schütte, Schütte, Schütte. Mets, Mets, Mets. Lukas, Digga, du wirst gefickt. Geweck, Junge. Geweck, Mann. ALLE GEFICKT, Junge, was ist los, Alter? Ich hab' dem Turvis Feelbreak gemacht. Easy. 1v4, Digga. 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 Gereben, du bist jetzt ein Fälle gegeben, und dann kam der 2W. Die sind nicht gut, Mann, ich sag? Der eine ist gut. Der eine ist gut. Wenn die wissen das wir nur gegen Controllerplayers spielen. Ich schwöre. Sando lasst den fighten hierzu Komm her wo bist du digga ich werd gefickt Ja ist on me digga Oh my god Über uns Harley Harley ist über uns On me on me fick ihn Sando fick ihn vor mir Nice Kriegst du ein L digga Der L Der letzte ist open Der ist one shot Aussätzlich gehielt FPS drops hallo Raffi on me Ich komme ich komme Was macht eigentlich die Spahnplatte digga Hilft der auch oder Fully boxed Nein der ist out moved Er sweated Nice Lach 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 Ja was weinst du Spahnplatte du Muschi digga Nicht mal ein Hit digga Genieff Der Holzhahrer ist raus Alter wir haben die so gefickt Nach 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 Ah je shitter digga Das werden jetzt auf anderer Ebene, denk dran. Ja, ist mir doch nicht geil, ich soll ja herkommen. Der eine Flex Triple Eddits am Start da, Digga, das ist so unnötig. Ja, ich mach das auch immer einfach so. Nein. Bro? Sandro? Ich werd auch polit. Sandro! Ja, Sandro redet nicht perfekt. Sandro! Hey, was ist mit Sandro, Bro? Keine Ahnung. Ich glaub seine Freundin fickt ihn kurz. Ich hab's gut. Lächerlich! Tags, Digga. Ja, Sandro ist weg, Digga. Jetzt hab ich noch nicht flogen, Mann. Digga, was macht der? Ja, ist weg, ey. Ist er rauch? Äh, komm doch auch. Matik, ruf ihn an. Mach. Komm, das Lobby. Mhm. Das war's mit Anrufen. Junge, was ist mit dem? Ich glaub, der wird grad gebrüht. Ich glaub auch. Der wird kurz gefickt, der Huhn. Nee. Seine Freundin hat ein Bild grad Druck ablassen, glaub ich. Die will erst mal ficken, glaub ich. Bevor irgendwas geht. Was ist mit dem? Digga, was ist mit dem Mimits ab? Der spammet den Boss. Spammst du den jetzt? Nein, du aber. Ja, ich ruf zwöl mal an. Ja, ich ruf zwöl mal an. Digga. Ja, ich ruf zwöl mal an. Das ist mit demasi. Ja, ich ruf zwöl mal an. Ja, ich ruf zwöl mal an. Ich ruf zwöl mal an. Ich ruf zwöl mal an. die er was macht der typ vor allem kann ich nicht mal raus müssen wollen admin ist ja weil er ist dann komm lass aus der lobby raus ich lass dich ein dann können du es oder so was machst du hast dich gerade aus der lobby geflogen ist er rausgeflogen? ja 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 ist jetzt auf keine ahnung was er macht lass einfach nur mal du es ein bisschen zocken ja easy oder wollen wir random squads kommen ja random squads hört sich auch gut an steams hier ach digger ist bug drum mann mein huren zum controller ist kaputt digger echt ich hab mir erst neun gekauft aber ich hab mir nen ding ähm was hast du gesagt? meiner spackt manchmal auch rum aber ich hab mir neun gekauft ich komm gleich wieder heide hatte tust er hat sich doch diesen stuhl mann warum ist er weg Mmh 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 Okay 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 Oh 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 Schauen wir das Auf so'n richtig fetten Double Cheeseburger, Digga Aber Ich hab äh Den Wüßburg auf diesen neuen Burger schon wieder Diesen Mein Barbecue Speck Ding da gedönst Okay Das Dings ähm Spielkanal Mmh Komm Spielkanal, komm Spielkanal Ja, ja, komm, komm Ich geh auf Optionen Dann auf diesen Sprach-Chat und dann geh einfach auf Spielekanal Spielkanal hoch, hä? Ja, aber das funktioniert bei mir nicht, da ist keiner drin, bei mir Doch, Tick Ja 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 Kriegst du schon, du Pimmelsatt? Es geht nicht, Mann Es geht nicht Ich bin die ganze Zeit drin, aber es geht nicht Die sagen so Ich soll dir fort das Tutorial schicken, wie mein Spielkanal geht Walla, es geht nicht. Ja, ist klar, ihr kriegt direkt eine... Eih, fick dich doch. Da pisse ich, du Nuttenbengel. Geh weg! Maaan, es geht nicht. Ja, komm, Lefte. Ja. Ach, Digga, was kriegst du an? Guck doch in meinem Stream, es geht nicht. Digga, was für Streamer zickt der auf deinem Stream? Es geht nicht. Oh, Sandro ruft an. Ja, was siehst du für Worte lieber Wurst? Ey, mein Internet geht nicht mehr. Wie, dein Internet geht nicht mehr? Ja, bestimmt ist hier einer ein Ding reingefahren. Laternenmast, ich hab auch keinen Empfang am Handy, nur ein Balken. Echt jetzt? Sag, sag, die sollen mein Ding, sag, die sollen mal... Heftig. ...nicht immer das Billigste kaufen. Ich soll dir von Rev sagen, ihr sollt nicht immer das Billigste kaufen. Ich hab gar nichts mehr. Sag, sag's mit dir aus. Sag's mit dir aus. Sag's mit dir aus. Sag's mit dir aus. Das muss kaputt sein, hallo? Ja, ihr müsst halt auch nicht immer das Billigste kaufen. Ich hab nur nichts gesehen, aber alle müssen kaputt hier an der Straße kaufen. Sag, das soll... Sag, es wird nicht so billig sein. Kauft man halt mal was hochwertigeres, sonst geht man so billig. Hä? Kaufs nächstes Mal dein Internet bei Telekom, aber nicht bei Kik. Was ist mein Telekom-Behob und so? Ich hab kein Telekom. Digger, der Raff... Sag, das kommt davon, wenn man das vom Billigsten kauft. Nein, das kann ich nicht sagen, Raff. Komm, auf Gönn und Komm. Digger, warum kannst du es nicht sagen, dass das nur Spaß war. Sag dir selber. Heftig. Mach bereit. Achso, du bist, glaube ich. Aber ich wüsste, ich hab ausprobiert, es ging nicht. Ich bin auf den Spielkörner drauf, das hat es angezeigt an, aber geht nicht. Vielleicht hast du irgendwas ausgestellt, glaube ich, bei den Einstellungen. Nein. Doch, sehe ich. Nein. Es muss gehen, Ligger. Pimmelsucker, der Pimmelsucker. Ach. 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 Ich geh schon mal was trinken. Ach. 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 Kannst du jetzt spüren? Jawohl! Was geht? Jetzt gehts Digga! Jetzt gehts Digga! Ja und jetzt können die anderen nicht reden, perfekt! Doch beim Prisoner geht irgendwas ab! Der kocht! Was geht Prison Break? Hallo? Ja hallo? Was geht? Ah der ist Italiener! Where are you from? Italien! Oh dear! Si! A Germania! Ah! Er las tiltet man! Da posto Davide? Eh? Da posto! Si si! Ah ist Italiener! Si! So ein paar! Digga! Was redest du denn Lukas? Du bist so kurz Italiener geworden oder was? Ja bin ich! Was glaubst du? Nein! Davide! Du bist echt Italiener? Ja! Ja! Ich spreche Italiener ein wenig, weil nur mein Vater ist Italiener! Mhm! Va bene! Digga bist du echt Italiener? Ja! Ja! Noll! Halt's moll Digga! Was soll ich das wissen Digga? Keine Ahnung! Cringe Digga! Jetzt weißt du's! Einer dead! Einer dead! Ich glaub Sandro ist gleich wieder on! Mhm! Er ist nämlich schon im Launcher! Ich muss jetzt dann kurz auf meine Schwester in die Schule fahren Digga! Ich muss jetzt dann kurz auf meine Schwester in die Schule fahren Digga! Ja! Da vorne nen Gegner bei mir! Sandro! Ja! Er will Gruppe beitreten! Ich geh wieder Gruppenkanal! john? Ja! Aber hat mich ist... In der Nähe... ... Was ist das? Ja! 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 Ich weiß jetzt! Wah! Ich weiß jetzt! Wow! Ich weiß jetzt was! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab' den Bot angeschossen Das ist Ronaldo Der Allerechte oder was? Raph ich brauch' Hilfe bei mir Einer dead ? Oder diesen Trash Mann afford'n ob ich's sagste Trotzdem ist das alleine gegen zwei schwer Ja ich hab auch zwei hier. Kurz 1v2. Zwei dead. Alter, der hat eine goldene MP. Ist das Italiener oder warum hat der Pizza? Nein, er hielt den. Da unten. Rafi, das ist falsch. Jetzt schaust du zu. Bruder, was schluckt der, Digga. Digga, der hat 88er gekriegt, was für schlucken. Da, jetzt ist er doch tot. Kann nicht mehr springen. Scheiß drauf, scheiß drauf, geh doch einfach weiter. Gut. Hab einen. Bin aber genockt. Er hat 120, Bro verpiss dich. Oh mein Gott, ohne der Pizzawächter, Digga. Warte, da unten ist noch einer, da ist noch einer. Ja. Ja, irrenlos, er finischt dir nicht. Mein MP! Oh mein Gott! Ja, komm, lass leften. Hat er grad geelt danced? Ja. Nein. Nein. Ja, ich muss eh gleich auf. Warum? Lass noch ein, zwei Runden spielen. Ich muss meine Schwester in die Schule fahren. Für was? So selber laufen? Ja. Ja, dann klatscht mich mein Däffiger, wenn ich es nicht mache. Du Hurensohn. Ja, was ist, kommt's? Alles gut. Warmplatte braucht wieder eine halbe Stunde. Hä? Achso. Sorry. Lukas! Digga, ich feier die Hacke, ich glaube ich hole mir die. Oh man, 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 man. Irgendwann wieder mit seinen Hacke kaufen. Boah, ich glaube ich kaufe mir einen Moncler Classic. Einfach Moncler. Achso, das sind beide dann, ne? Die schauen so scheiße aus, Digga. Die schauen aus wie Yarak, Digga. Yarak, sag! Was spülen wir, Jungs? Wie der Creative oder was? Sandro, was sagst du? Sandro. Scheiße, Sandro, Digga. Der ist wieder Nick. Hartz-IV-Leitung. Der ist wieder Kocksacken. Sandro, du Hurensohn. Ich glaube, der ist echt wieder weg, ne? Alter, das gibt's noch nicht, oder? Digga, was kann man für eine Hartz-IV-Leitung haben? Ach, grausig der Typ, echt grausig. Digga, der Typ ist so ein Opfer. Ey, Digga, was ist komm- Kick ihn einfach! Kick ihn einfach! Kick ihn einfach! Der soll einfach Pferd fressen, wenn er sich kein gescheites Internet leisten kann, soll er Pferd fressen, ganz einfach. Was soll er? Wenn er sich kein gescheites Internet leisten kann, soll er einfach Pferd fressen, Mann. Pferd. Pferd. Was? Ich schund den Hals. Warte, ich komm mal wieder. Okay. Warte, ich komm mal wieder. Warte, ich komm mal wieder. Warte, ich komm mal wieder. Das war's für heute. Das war's für heute. Komm, Spielkanal, du Bastard, Digga. Es geht wieder nicht, du Hund. Ich fick dich gleich. Halt dein Maul. Alter, was hast du für eine Arztvielleitung, ist hier die Frage. Mein Spiel leckt einfach. Kann ich ja nichts für. Dann kaufe ich immer das Billigste von Billigsten, Bro. Mach ich ja nicht. Ich heiße Alessandro. Digga, verpiss dich mal. Kein Loot hier, Digga. Aber ich will meinen Slurp-Fisch nicht essen. Fuck, ich muss mal auf mein Dings schauen. Ich komm gleich wieder. gelenk. Okay. Spann� Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Habt ihr Loot? Ja. Ich kann dir eine epische Pistol anbieten. Ja, nehm ich. Das ist ein Gegner. Oh mein Gott. Ja, ich habe keine Muni für die scheiß Pistol. Komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Hier. Nice. Oh mein Gott, da ist ein! Digga, Pistol ist Meter. Ja, ich bin dead, Digga. Ich habe keine Mets, Bro. Ja, Digga, was soll ich machen? Slack. Raffi, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Keine Ahnung, wie ich noch lebe. Ich habe keine Mets, ich habe tot, GDs. Der ist da oben drüber. Halt's Maul. Oh mein Gott, GG, Digga. Kann nichts machen, alleine. Alles gut. I don't want, I don't want, I don't want that. Ich denke, ich gehe mal auf. Ich bin böse mit mir. Ich gehe, glaube ich, auch auf. Heide, Jalla, Digga. Alessandro ist wieder on, warte ich. Geh nochmal ins deine Lobby. Ja, ich bin egal, ich verpiss mich. Heide, hau rein. Heide, tschüss, Praddon. Heide, tschüss, Pradinas. Heide, tschüss, Pradinas.